Heute auch die Steffi in der Arbeit, die ganze Zeit, weißt du, ich war im Grünhaus und sie war halt im Vorbereitungsraum und niest die ganze Zeit, gell? Hat einmal genossen und ich geh raus, hä? Und dann sie, nix. Ich hab nur genießen, ich hab nur niesen müssen und ich, ah ok, Gesundheit, geh wieder rein, hör ich wieder irgendwas, geh wieder raus, was? Und dann sagt sie, ich hab's schon wieder genossen, ist doch gut jetzt, ich, ja, Gesundheit, geh wieder rein und hör ich's wieder. Spielersymbol. Ja, erzähl weiter, ich hab ein Spielsymbol am Affield, am Northeast Affield. Ich bin getrunken von dem Seefahrer, hab ich mich da ausgelockt? Ich frage jetzt, wo hast du dich da ausgelockt? Hm. Ich war, ich war halt so k.o., sagst du, ey. Mit Waffen und Waffenglitch, zwei Stück, zwei Stück! Och man, jetzt, ja, ich kann dich, ich verfolg's dir, ich komm nicht drauf, das voll. Grad war noch, ist viel frei, ey. Ja, äh, ist viel frei, du weißt doch nicht, dass du drauf gehst. Die haben beide den Weapon Bug, das sieht so scheiße aus. Hoffentlich gehen die jetzt noch looten da hinten. Wo, wo, wo? Affield rennen grad rüber vom Power Richtung, äh, Bushaltestelle, aber ich glaub, die rennen eher vorbei. Da hat Affield ausgelockt. Nein, ich hab nicht am Affield ausgelockt. Ne, ich glaub, die gehen doch wohl. Jetzt seh ich's hier nicht mal, weil der Nebel reinzieht, glaubst du? Alter, ich, ja, ich mach mich auch nicht auf dem Weg hin, wenn wir hier drin sind. Was ist denn Nebel? Jetzt hat's das Nebel, ah, das Regnen angefangen und der Nebel hat sich jetzt so schnell voranschritten, dass ich, dass sie quasi im Nebel verschwunden sind. Vielleicht irgendwie den wegzlesen, Alter. Ja, schon ein Stück weit, ich hab's ja nicht verfolgt. Ach, Mann, wo bist du? Keine Ahnung, in der Lobby. Oh, das ist aber schade. Oh, das ist echt ein gutes Räuber, der ist total. Ich hab eigentlich bis jetzt voll oft gebraucht, schon, gell? Ist das noch ein Stück? Oder sind es die zwei? Was sind schon die zwei, die da rennen? Die rennen in die neue Stadt so, nennt sie ja. Ja, und, was machst du heute noch so? Ach, nix. So, rein, durchgehen, oder? Ah, nix mehr da. Da wird mal hustlen gehen. Egal, Alex, komm mal los. Oh, mir egal. Ich weiß nicht, ob die mich gesehen haben, oder was die jetzt da machen. Ach, ich bin halt übrigens reich, ja. Schuss, Schuss, Schuss. Ja, auf Ness. Ja, auf Ness. Ich hab jetzt auch ein Lobby schießen. An krankes, ein Schuss, bin tot. Ohne Scheiß. Ja. Ja, das waren aber nicht die, das war jemand anders. Irgendwo ein Sniper noch. Krass, Scheiße. Unfassbar, ey. Ich so? Hast du zuerst gesehen? Ja, wenigstens war es nicht meine Schuld oder meine Fehler. Das waren zumindest nicht die. Die haben auch schon auf den, glaube ich, gezielt, okay. Bin wieder da. Kann mich jetzt mal versuchen, irgendwie. Ja, aber erst mal. Ja. Sicherheit und verbinden. Weckung suchen und verbinden. Ich bin auf dem offenen Feld, also. Das ist natürlich mag ich. Wie gesagt, ich komme noch nicht drauf. Deine Ente passt, da geht schon die Farbe runter. Ich werde den Innen jetzt bin ich ganz gut. Da schauen sie mich an, die Zweiten. Die bist tot, oder was? Schuss, ja, das ist nicht tot. Da hat mich nur das Bein getroffen. Alles andere ist das Ziel. Heißt du, kannst du nicht laufen, oder was? Ne, ich bin schon vertraut. Ein Eis ist besser. Ich versuch's jetzt, Alter. Der zielt auch nicht. Nein, jetzt geht er wieder weg. Augen zweig nicht drauf. Ich schneide mal irgendeinen ab. Er looted wie ein Stein. Der andere auch. Einer down. Und ich versuch's euch. Ich bin dynamics- Soos. Das sind die MFB, der MFB-Klammer ist zu suchen. Das können doch auch x-beliebige andere sein, das ist doch scheißegal. Oh fuck, Schluss. Ich glaube da war doch ein dritter. Das sind doch drei irgendwie. Ich weiß nicht wer zu wen gehört. An welchem Airfield bist du? North East Airfield. An dem kleinen? Ja. Ich bin die neue Stadt. Das sind viele Leute hier. Ich mache jetzt was du es kannt bist. Ich bin jetzt wahrscheinlich in Deckung. Ich esse jetzt erstmal ne Dose. Und einfach auch zur Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann ein Zeiling kommt. Weil ich bin schon ganz gut schwarz weiß eigentlich. Wo bist du denn da im Airfield genau? Ja. Warum ist der denn nicht? Sniperhill mehr oder weniger, aber weiter... Wie soll ich das beschreiben? Keine Ahnung. Ja, du lachst mir schon. Ich kann keinem auch nicht erwöhnen. Also eine ist auf jeden Fall cut. Ronny, ich brauche jetzt ein bisschen Konzentration. Die Lache bringt mir jetzt nichts. Und? Ja. Ich halte uns. Ich halte uns. Spasti! Da durch. Die Ficker, Alter. So, jetzt ist natürlich das Spielchen, wer sieht wen zuerst. Ich bin hier rum fast tot. Der andere ist auch irgendwie nach hinten weg. Kannst du mir ungefähr sagen, wo die hinlauft? Weil ich bin jetzt... Richtung neue Stadt sind die tendenziell... Also ist der eine oder die beiden tendenziell gegangen. Okay. Wie gesagt, tendenziell halt nur. Ja, dann bleibe ich immer hier ein bisschen weit. Halt. Halt. Ich gucke da mal, ob ich da rumlaufe. Ich bin jetzt... da an den Garagen, weißt du? Mit einem kleinen neuen Kap. Ja, dann bist du ja gleich da. Das ist nice. Ja. Das ist halt auch was nice. Ich hab nur ein bisschen richtig gut gehört. Ich weiß schon, wo ich bin, aber genaue Beschreibungen raushauen. Ich glaube, ich will ich gerade zur Zeit jetzt drücken. Jetzt frag dich, ob die... Da rennen, da rennen, da rennen, da rennen. Ich schieße, ich schieße. Ich schieße. Jetzt könnte ich sie haben. Beide. Ja, ich bin zu beide. Ich bin jetzt mal drei. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob zwei oder drei sind. Ich habe hier zwei liegen sehen. Ich wusste auch nicht, ob die zusammen können oder nicht. Weißt du, wie ich meine? Hm. Ich bin jetzt durch. So. Hier liegen die beiden. Ich weiß nicht, wo sie ist. Beide tot. Beide tot. So. Da liegt der tot ja hoffentlich. Da liegt der tot ja hoffentlich. Ja. Ich bin jetzt durch. Boah, Alter. Nee, liegt der nicht. Ich habe den am Anfang nur an Kammschuss geschossen. Doch, da liegt der. Das waren drei. Ich habe alle drei. Kreis.